mit dem draußen da hinten war sein kollege wenn ich den wieder finde da mit dem spielt er immer nicht mit der sondern mit dem der linken seite den kennen wir noch nicht aber mit dem catch da immer noch ein bisschen näher wird dann unscharf ach das ist ein pfahl ist gar nicht mein hund wo ist mein hund ach da haben wir wieder was gefunden ja 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 Vielen Dank.